oder nur dann ja die reviere sind teilweise zehn kilometer auseinander ja aber ich meine geht es ja noch da kannst du dich jetzt zwischendurch mal aufwärmen und ja das habe ich das schon verstanden so aber ich meine halt wie gesagt ist ja nicht nur am frieren dein ernst absolut jetzt bist du wieder tot was das hat getroffen ist ja frech der mit schatten ist ganz zu spät auch ja ich komme nicht durch ich komme gar nicht hinterher ja wieder zweimal reingefahren wenn du jetzt nicht grobe patzer machst dann ist es deine runde ich bin raus du bist auch raus oh scheiße das war nicht nicht ich komme mir gar nicht hinterher jetzt war ja überall dagegen ich hätte das mit dem windschatten nie sagen dürfen hätte ich echt die machen sollen der nutzt das sogar noch oh nein vor allem verhinderst du dass ich den fahr das ist ja doch viel frecher hä ach so du hast gedacht warum bist du so schnell der ist doch gar nicht im windschatten ja okay der bombe ja respektlos wie der typ mich getroffen hat macht gar keinen sinn kommen wir gar nicht mehr weg wie kann ich mich eigentlich auf aussetzen stellen du drückst oben links auf dein profil und dann noch aussetzen ich möchte nur auf abwesend und auf spielen das abwesende links auf dein profil und dann teilnahme aber da kann ich nur spielen aussehen ja du bist wahrscheinlich allein in der europäer oder macht er denn da du hast gesagt du kommst er wusste eine karte ja die ist und ich habe noch gesagt ich bin herunter gesprungen wenn du noch lebst wo gehst du hin da kannst du einsammeln ja dann geh erstmal rebooten andreas geh erstmal rebooten irgendwo ich hab genau das gemacht was ich gesagt habe sagt man nicht sechs neu ja genau ob andreas lauf wird uns hat noch auf die dörner bruder hat noch auf lauf 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 so blau das war irgendwie gar nicht witzig fliegst du direkt darüber oder ja ich gehe direkt wieder sterben jetzt fliegen wir 5 gegner hinterher habe los habe los das geht noch eine waffe lahm das ist ganz kurios was sie machen wie lange haben die denn jetzt in der zone gechillt ja ich weiß es auch nicht ich habe aber max karte was habe ich meine waffe waffen vertauscht du kleiner ich sag es dir treibst du mich noch mal an dann ist was los freundchen wo ist die zone denn oder deutlich ja wow Die Fähigkeit ist voll geil, wenn du diese Fähigkeit hast, dass die Pistole mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit keine Munition verbrauchen kann. Wenn die aber zweimal mit der einen Schusspistole schießen. Noch ein Trio, oder? Ein Trio? Ne, ein Duo? Ne, zwei Einzelne. Zwei Einzelne, ok. Gibt es meine Krone wieder? Meine Krone, nicht deine. Oh. Hoah. 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 Bang. Puff. Ja, man hat überhaupt keine Chance gehabt. Ja. Haben wir ja wieder super gemacht, Mark, oder? Richtig. Let's go. Teamplay. Einer mag einen Kill, Andreas, zwei Kills. Ich mag das geht. Aber du hast mich gerest, Andreas. Und Mark hat deine Karte geholt. Ja. Ohne wäre es nicht gegangen. Oder bei uns zwei, dann wärst du gar nichts. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Hör auf den Weg. Es wird alles gut und laut gebraucht. Das Geld aus den Weg.